Hallo liebe Gaming-Freunde, ja es geht wieder los mit Broke the Investigator, dem Prologue und wir gucken hier weiter im nächsten Teil, was wird passieren, wir gucken uns mal die Jobbörse hier an. 70-jährige Dame bereit sich in ihrer Abwesenheit um ihre Kinder zu kümmern? Nein. Quatsch, wir gucken hier mal. Um einige der besten Sachen zu bekommen, probieren sie unsere Mülljagd aus. Participation kostet 5 Unis. Entrance located on the roof of this building. Ja, das können wir machen. Yeah, I've used it before. I'll give it a go if I find time today. Oh. Two great katschuh groups will perform next Wednesday in sector 54X. Free entry. Come join us. Darn, this was last week. Ach Gott. Okay, gut gemacht. So, wir gucken hier. Da geht's nicht weiter. Namensschild haben wir geguckt. Taste. When I first came here, I thought this was a doorbell. Breasted several times. Then I noticed a huge stack of letters filling my mailbox. Someone came to visit while you were out with my picture on it. Was? Dann ist mir ein riesiger Stapel von Briefen in meinem Postfach aufgefallen? Jemand ist vorbeigekommen, während du weg warst? Mit meinem Bild drauf? So, I ripped off the wires to deactivate. Das verstehe ich nicht. Was? Postfach haben wir. Also, gehen wir mal hier weiter. Warte mal, ich muss... Ah, Roboter. Roboter? Hm, it won't turn on. Er lässt sich nicht allen schon. Poor little thing. It's been rusting here for days. Leaking some kind of powder on the floor. I wonder what it's for and where it comes from. Hm, it won't turn on. Okay, 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 okay. Ich habe immer gedacht, hier gibt es so Hinweisdinger. Was, das hier aber nichts mehr. Also, der junge Mann, Grock, sein Sohn, könnte zum Beispiel mal versuchen, Roboter zu reparieren. Das scheint hier ein guter Job zu sein. Also, hier gibt es nichts mehr. Ich will nichts übersehen. Oh, ich bin so gespannt. Uh! Tatsächlich, der lebt unten. Okay, wir schauen mal. Werbeplakat. Hey, isn't this Grass' favorite band? Lieblingsband. Maybe I could buy him a ticket. Nee. If my finances allow it. Ah, okay. Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Da ist betreten. Was haben wir denn hier? Das ist nix, da ist nix, der Boss won't like it. So, hand over the Moolah. Mr. Squealer, did you take a good look? Do you really expect someone like me to have that kind of money? Das ist nix, da sind die Regeln. You make a deal, you pay. Or else. Oh, well. I guess this is gonna hurt then. Hey, what's your problem? Leave the old man alone. None of your business. And as for you. Can you end me quickly? Oh, I'll make you supper, buddy. Enough. You're gonna regret it. Jawohl. Come vorbei. Cool. Yeah, endlich level. Oh, first level 2. I won't. I won't pay for this. Yes, you will pay for this. They're gone. Are you okay? Don't worry about me. What was that about? You really shouldn't have interfered. I don't have much longer to live anyway. Don't say that. And you didn't answer my question. It's a long story, but in short, I owe money. You see, I've been diagnosed with heart strength. Ach du meine Güte, herzfieler. Some days, the pain is hard to bear. I figured those rats could provide me with some drugs to suppress it. I just wanted to enjoy life. Ach, God Allah. Before it's too late. I'm so sorry to hear that. Aber jetzt mal ehrlich, der wohnt hier unten seit, was, fünf Jahren? Seit die Mutter tot ist oder was? Wahrscheinlich. Und dann kennt er nicht mal seine Nachbarn? Although, when there's life, there's hope. No disease is ever incurable. One just has to search thoroughly. I've lived with a chemist long enough to know that. Die Mutter war Chemikerin. Oha, die hat bestimmt gut verdient. Slummies? Was, 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 wie können wir das sagen? Obdachlose? Nein, das ist nicht Obdachlose. In any case, you shouldn't be staying here in the cold. There's not much space, but we'll find a way. That's very nice of you, but I can't accept. I've already caused you enough trouble as it is. I fear they'll come after you. Ja, da hab ich mir jetzt richtig Ärger eingehandelt als Broke. Just let them. I'll show them the meaning of respect your elders. Uh, sorry. I didn't mean to imply. Don't worry about it. But please don't insist. This is my choice. All right. Das hätte ich ja nicht gemacht. Ich hätte nicht angeladen. Der lebt also tatsächlich draußen. But I'll find a way to help you somehow. I promise. Nee, ich würde es auch nicht versprechen. You have your whole life ahead of you. Don't waste it on people like me. Ja. I want to. And it's my decision as well. Ha, ha. All right. Here's the last medical prescription I've got. This dates back to my time as a drummer. Before they expelled me. Was ist denn ein drummer? Expelled? You know the rules. Only valid people are able to stay. Unless you've got family to pay. This medicine helps stabilize my disease. I'm not sure you can still get anything with this old cardboard piece, but... Aha, ein Rezept. I wish I had something more useful to offer you. That's fine. Thank you, my boy. Okay. Um... Ratten? Landstreicher is er. Those dog tags. You were in the military. Oha. Good eye, boy. A few years ago, I was part of the resistance during the Autarchism fight. Then surely you can face them. You may be a detective, but you've still got a lot to learn. My body is declining. I can barely stand on my feet. Ach, got your arme. This is pointless. I've accepted the fact that my life is over. Das ist ein Kriegsveteran. I can't let you say that. I'll find a way to help. Please don't give me false hope. Was is mit diesen Rappen? Those are squealers, weren't they? Correct. I thought they were exiled a decade ago. Vor einigen Jahrzehnten wurden die verbannt. Yeah. And at least that's what most people believe. However, some of them stay hidden in the shadows. My disease made me weak. They took advantage of the situation. Yeah, ausgenutzt. But I don't blame them. How can you say that? They just tried to murder you. Yes. But I couldn't pay them back. I don't regret it though. The drugs give me more time. I did everything I wanted. Still, they shouldn't go as far as threatening to kill you. Be careful, boy. There's no such thing as black and white. Gut, wir haben also über die Landstreicher gesprochen. Er war also ein Ex-Soldat. Wir haben über die Ratten gesprochen, die eigentlich gar nicht hier sein durften, aber trotzdem hier die Leute unter Druck setzen. Denken wir es. Er hat gesagt, nicht involviert werden, oder ich werde in Trouble. Vielleicht ist er richtig. Aber ich kann mich nicht helfen. Ich muss den pooren Schäden helfen. Okay. Rezept haben wir jetzt hier noch. Okay. Katzenfell. Lupe. Okay. Ladies and gentlemen, das war hochinteressant. Ich meine, der lebt hier und hat dann wirklich tatsächlich nichts, ach hier, landstreich, feuerstellig. Das schauen wir uns im nächsten Teil an. Ladies and gentlemen, gebt mir ein Like. Besucht mich hier auf Twitch unter Johnny and Friends Gaming, auf TikTok unter Johnny and Friends Gaming oder hier auf YouTube unter Johnny and Friends Gaming 2. Und wir sehen uns im nächsten Teil von Broke the Investigator Prologue. Das war hochinteressant. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Bis dann. Euer Nils. Ciao.